D-D-D-D-D-D-D- yourself! Und jetzt nach London! Ja, Tag 4 fängt an beim Globes Theater. Oh. Ja, heute Morgen haben wir erstmal verpennt, deswegen müssen wir mal leckes Frühstücken. Jetzt sind wir hier beim Globes Theater. Auf dem ersten Blick ziemlich klein ist es gar nichts. Jetzt gehen wir mal gleich rein und gucken, wie kacke da ist. Nee, das sieht man. Nein, nein. Der Rap gesagt? Das ist nicht verboten. Was hat der Rap gesagt? Wir sagen uns zu dem Theater. Für... Das hat nicht. Richtig. Weil, da hat uns ein Geschlecht gefakt. Richtig. Das ist falsch. Allein schon die Wüste hier. Die war noch damals orange, oder? Richtig. Die Temse. 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 Ich fahr nie mit dem Taxi. Jetzt steigst du da schon viel Ports oder was? Das ist nicht zu viel Ports. Die Temse. Die Temse. Die Temse. Wir haben 5 Leute. Ist das okay? Ja. Die Temse. Ja. Das klingt so gut. Ja. Wir fahren im Taxi. Ganz schön. Ich gucke. Es geht nicht. Wie ist das Vierliegen im Taxi? Scheiße. Wieso? Das Kücke ist... Ja. Weil es eng ist mit 5 Grad. Aber sonst ist das tot. Manu, du bist schon mal drei, wir sind da mal ein paar Meter gefahren. Ja, egal. Boah, sogar noch Suicide-Doors, ey. Jürgen, nimm die Cam einfach, verdammt. Wie bist du, Manuel? Was soll ich denn hier aufnehmen? Oh, Leute! Was soll? Oh, für die kurze Distanz. Aber einmal mit dem Taxi gefahren, ey. Taxi! Was ein scheiß Job. Jo, los einfach den ganzen Tag hin und her, oder was? Jo, der Buckingham Palace. Und auch hier ist immer noch los. Wir sind am... Big Ben. Richtig. Oh! 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 Und wir sind am... Landenei! Wow! Oh! 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 Kai was mir dazu reichert! Das ist echt 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 her. Doch, ich glaub gar nicht, was du jetzt hier machen können. Oh, ich glaub, das ist viel zu viel. Er ist unglaublich und ganz wahnsinnig. Jahr ist Giantina Moi falsch, oder... Ja, das, ja, ja. ...